und ich leuchte immer noch schleuchte einmal rüber und einmal rüber und so und dorthin so genau sagt mir nicht dass da oben die kamera ist hallo doch eine fliegende was krass 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 so da hinten ist eine ja shit happens ne ja shit happens wie viele männer gibt es denn hier bitteschön naja wie viele fan und noch weiter unten aber wie soll ich bitte schön an die vorbeikommen ja hallo keine ahnung das wird ja ein spiel ich meine wie viele symbolen gibt es hier bitte ich sammle dabei mal die dinge hier kann ja nicht schaden so die an die komme ich nicht da ist eine die komme ich auch nicht und dort abspringen kann er auch nicht was für ein assi die kameras ab ab so muss ich da irgendwie rein gehen also ich meine diesen geheimen da an die komme ich ja nicht und unten auch nicht was mit der da und die glaube ich auch erst recht nicht oder ne was ey aber ich komme hier rein ne ich sehe schon kommen irgendetwas großes ja mit dem hirschchen wow hat er eine bombe jetzt war für uns ja ja so lange er werbung macht muss ich hier fighten oder ja 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 jawohl ja 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 Oh, der hat aber ganz schön viele, ich sag's nicht. Ja, man. Jetzt kommt der Große dran, oder? Fuck, geh weg! Weg mit dir! Nein, 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 nein. Fuck, fuck. wo ich mit dem körper ja wenn es ja auch ich ausgeschaltet weiter geht Jetzt denke ich mal auf die zweite Endgüch. Hier ist Dampf. Hier auch. Und hier auch. Wahnsinn. Weg ist er. Boah, der Riese wieder. Aber die Waffen machen mir so gar nichts aus. Aber auf meinem Rohr haben sie mich weggeballert, ey. Nee, 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 du willst das schon sein mit den Scheißplanaten. Ist ja immer noch nicht kaputt. Was zur Hölle? Wie hält so einer aus? Jetzt aber. So, hier geht's noch weiter. Nein, nein, doch nicht. Da unten hin? Oder hier hin? Oh... Oh, Gott. Oh, Shit. Nee, nee, nee. Nicht dorthin. Hier auch nicht. Auch nicht. Gehen wir mal hier weiter. Ja, an die komme ich immer noch nicht dran. Ich glaube, ich muss... Naja, okay, dem Ding kann ich auch nicht folgen. Ich weiß gar nicht, wo ich hin muss, ehrlich gesagt. Ah, da unten kann ich, glaube ich, hin, oder? Okay, zumindest eine goldene Spinne. Diese Kameras sind in seinen Augen und in seinen Augen. Better not them out. Ja, die goldene Spinne hole ich und dann mache ich mal weiter in die nächste Part. Puh, bis gleich.